Ich bin Alexandra Heidebreck, komme aus Mecklenburg-Vorpommern, habe einen naturwissenschaftlich-medizinischen Hintergrund von meiner Ausbildung her und habe mich hier angemeldet, weil ich ganz interessiert daran war und bin, wie Hypnose funktioniert, wie die Mechanismen im Gehirn sind und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte gewisse Vorbehalte, was die Möglichkeiten und was die Grenzen der Hypnose angeht und hatte so ein bisschen meine Zweifel und bin dann hier in dieser tollen, wunderbaren Gruppe gelandet mit einem Ausbilder, Norbert Pretz, der ein toller Mensch ist, charismatisch und uns hier auch, glaube ich, als Gruppe zusammengeschweißt hat. Das hängt nicht nur mit uns zusammen, sondern sicher auch mit ihm, dass er einfach so einen Effekt erzielen kann und ich habe wahnsinnig viel gelernt, ich habe viel über mich gelernt, lerne immer noch viel und war schwer beeindruckt von den Präsentationen von den Patienten, die hier waren, den realen Vorführungen und dass da solche Möglichkeiten bestehen, dass tiefe Traumata aufgelöst werden können in so kurzer Zeit. Damit hatte ich also in meinen entferntesten Träumen nicht gerechnet und ich muss sagen, ich bin total begeistert und habe mich von einigen Vorstellungen oder Glaubenssätzen gelöst, mit denen ich hierher gekommen bin und ich habe das Gefühl, ich bin auch bis zu einem gewissen Punkt vielleicht ein, besserer klingt vielleicht, ein bisschen viel, aber ich habe mich selber auch verändert und ich glaube, ich werde wahrscheinlich auch so ein paar Dinge ändern in meinem Umgang auch mit anderen Menschen und ich bin total glücklich und begeistert und werde auf alle Fälle dranbleiben.